Urlaub auf Ibiza ist Karibikfeeling. Ein Muss? Der Yachtausflug nach Fomentera. Aber Achtung, mit 0815 Anbietern wird daraus schnell ein Albtraumtrip. Das Boot sieht plötzlich so aus. Die Crew spricht nur Spanisch und der günstige Preis war ein Lockangebot. Und du zahlst also drauf, drauf und nochmal drauf. Keine Lust auf böse Überraschungen? Dann mach's mit Haller Experiences. Bei uns zahlst du einen vorher vereinbarten Festpreis für deinen gesamten Trip. Ganz egal ob kleine oder große Abenteurer. Bei uns erhältst du alles für euren perfekten Tag. Ohne Überraschungen. Zumindest ohne böse. Prüfe jetzt die Verfügbarkeit für dein Traumboot und erhalte ein unverbindliches Angebot.